Ich möchte gerne jetzt meine Tochter Lois ankündigen. Sie hat ein neues Lied geschrieben, das mir sehr gut gefällt. Sie wird uns ein Lied singen, sie sagt noch selber textlich was dazu. Aber das ist unsere einzige Chance, die wir sehen. Wir haben gesagt, wir kämpfen mit dem Mund. Unser Schwert ist unser Mund, unsere Zunge. Und nicht nur, wenn es um Kriegsthemen geht, aber lasst uns das ins Bewusstsein eingraben. Es ist unsere Waffe, was aus unserem Mund kommt. Alles weitere mögest du sagen, in jeder Hinsicht. Vorerst möchte ich sagen, dass das hier kein Brautkleid ist. Es ist ein Antikriegskleid. Und ich trage es heute für all die Frauen, die ihre Männer eben verloren haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Die vielleicht ihr Brautkleid im Schrank hängen hatten, um zu heiraten, aber der Mann ist nie wieder zurückgekehrt. Und ich arbeite für Medienklagemauer.tv als Produktionsleitung und sehe diese Bilder, die Leute können Klagen bei uns einreichen von aller Welt. Und da kommen diese Filme und Bilder, die Schreie von den Menschen. Und ich sehe diese Männer, wie sie zerschmettert am Boden liegen, wie sie massakriert in ihren Blutlachen liegen oder aufgeschichtet in Leichenhaufen. Männer, die nie wieder zurückgekehrt sind zu ihren Verlobten, Freundinnen, zu verheirateten Frauen, zu Kindern. Und die einzige Hoffnung, das hat Papa gerade eben ausgesprochen, hat uns immer gesagt, unsere einzige Waffe ist das Wort. Das Wort, es aufzuzeigen. Was ist Dunkelheit? Was ist Licht? Aufzeigen die Lügen. Und das ist das Schwert, was teilt zwischen Licht und Dunkelheit. So singe ich, mein Wort ist mein Schwert. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, endlich aufzustehen, nicht mehr mitzugehen, wenn sie in ihre Kriege ziehen. Mein Wort ist mein Schwert. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Nicht mehr zuzusehen, wenn sie uns manipulieren. Nicht mehr mitzugehen, auch wenn sie meinen, dass sie uns regieren. Mein Wort ist mein Schwert. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh. Nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Sie berichten von Terror-Regimen, auf allen erdenklichen Sünden, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle Zeit nach Hilfe schreien. Sie bauen den Terror in den Ländern auf und treten alle wieder Ratter auf. Überall Kriege inszeniert, die Menschen hinten das Licht geführt. Das ist der große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, so dass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss. Wir lassen unsere Männer, Brüder, Väter und Früder, nicht mehr in eure Kriege ziehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und jetzt alle! Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ich kann mich nicht hören! Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und noch einmal! Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Mein Wort ist mein Schwenz. Es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwenz, ja. Es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie in Kriege ziehen, 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 ziehen. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, avعة!